Moin Leute, Mutti hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Heute ist es mal wieder soweit, es geht weiter in Richtung Master. Ich bin jetzt auch kurz vor Master, ich möchte aber jetzt noch nicht genau sagen, wie weit ich kurz vor Master bin. Das werdet ihr am Ende des Videos sehen, aber ich möchte jetzt einfach noch nicht allzu viel spoilern und, ja ich sag mal ein bisschen, es spannend lassen, ganz einfach. Aber gut, was ich noch sagen muss ist, es sind heute wirklich zwei richtig geile Gameplays am Start gewesen, also wirklich extrem geile Gameplays, wie ich finde. Das Einzige, was ich noch sagen muss ist, dass ich gerade nicht Solo gespielt habe, also komplett von Dia 2 aus bis Dia 1 habe ich immer mit einem Kollegen gezockt, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, die ganze Zeit Solo zu cuen und einfach Solo-Wang zu spielen, weil es halt einfach wirklich keinen Spaß macht. Ganz einfach, weil die Teammates meistens wirklich nicht allzu gut sind. Das Problem ist einfach, die Season finde ich zumindest, dass viel zu viele Spieler, die einfach nicht in Dia-Lobbys gewachsen sind, trotzdem Dia kommen. An sich finde ich das jetzt nicht ganz so schlimm, aber was halt ein bisschen nervig daran ist, einfach auf gut Deutsch gesagt, dass es einfach scheiße für mich ist, wenn die Mates halt einfach nicht so gut sind und die Gegner, sage ich mal, teilweise schon deutlich besser sind wie meine Teammates. Aus diesem Grund dachte ich mir einfach, komm, ich zocke mal mit einem Kollegen, mit dem habe ich vorher auch immer für Wank gezockt, und dachte ich mir, komm, ich zocke einfach mit ihm auf Master und ich denke mal, ich werde jetzt auch von Dia 1 aus bis Master komplett mit ihm durchgrinden. Also werde ich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit eben Duo und nicht mehr Solo spielen. Aber gut, soviel erstmal zu diesem Thema. Jetzt gibt es noch eine andere Kleinigkeit, die ich ansprechen möchte, und zwar geht es um meinen Twitch-Channel. Wenn ihr Bock habt, einfach mal zuzusehen, wie ich zum Beispiel auf Master zocke, oder wie ich vielleicht auch einfach normal zocke, oder wenn wir auch vielleicht Community-Games oder so machen, wo ihr einfach mitzocken könnt, dann könnt ihr gerne mal meinen Twitch-Channel abchecken, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut, und ja, danke auf jeden Fall, falls ihr das tut. Aber gut, das war's erstmal dazu, ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß mit den zwei Gameplays, und ja, wenn euch das Ganze hier gefällt, lasst es mich auf jeden Fall gerne mit einer Bewertung oder mit einem Kommentar wissen, und falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich wirklich extrem über ein kostenloses Abo freuen, denn somit verpasst du nichts mehr, und es ist sowieso komplett kostenlos. Und ich habe jetzt auch mehr als genug gelabert, und ja, ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß mit dem Gameplay, und hoffe somit, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also, macht es gut, bis dahin, und ciao! Ja, ich kann echt nicht mehr machen, also... Ja, ja, ich will's. Ich gehe da jetzt hoch. YOLO. Der Off-Pan ist cracked. Ja, der ist absolut one-shot. Ja, der ist absolut glit. Ja, nice. Ich sehe schon, wie jetzt Karma bekommt. Bitte, 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 ich hoffe es, ich hoffe es. Wow. Da ist wer! Einer nur, einer nur, der ist alleine. One, absolut. Hab ihn noch. Wir müssen aber schnell fighten, nicht, dass die von oben wiederkommen. Oh mein Gott, der gar nicht lecker. Ich lecker. I know one, the wave is one. Ja, schade. Wir müssen aufpassen, wegen dem von hinten. Ich könnte meine ulti anmachen. Okay, das ist besser. Wave is wieder cracked, Digger. Und rechts von dir! Let's gooo. Ich hab beide Punkte gekriegt. Oh, noch was von drinnen. Oh mein Gott, der wird jetzt so tot, ne? Oh mein Gott. Du hast zwei noch? Ja, Mann. Aber das ist ein Kors, Dirk. Wir müssen... Oh mein Gott, Digger. What the fuck, Junge? Was habe ich mit denen gemacht, Bruder? Oh, war das doch schon nice, Dirk. Ich hab zwei gescannt. Und die kommen auch. Wir toten. Ah, moin der Mate. Der Arm. Hey, 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 hey. Ich bin schon weg, ich bin schon weg. Heißen sie mich. Komm, scheiß, brauche. Ich muss nur auf Platzierung gehen, Liga, jetzt. Aber das ist halt... Ja, ja, deswegen, komm. Der Gibi ist komplett los. Der hat sein Ulti hier drin geschmissen. Der Gibi ist noch. Der Peffin ist auch one. Der Peffin ist auch one. Absolut. Der Peffin ist absolut. Ja, ja. Der West. Hier, bei mir. Der ist... Nice. Der ist... Nice. Irgendwo dahin, ey. Wir müssen aufpassen, nicht dass wir in den Tod laufen. Ja, ja, die stehen da auf dem Field. Die stehen da auf dem Field. Der rennt da hinter. Ich geh hier hoch, guck mal. Hier ist ULs OP, weil hier keiner hochkommt, außer Weizen. Weapon ist da unten jetzt absolut. Nice. Ich scanne gleich. Drei Leute geordnet unter dir alle. Ich geh mal hier gucken, ob ich den im Kopf schießen kann. Knock. Noch was, noch was, noch was. Pass auf. Oh mein Gott. Naja. Belastend, Digga. Das ist halt so dumm. Schaff ich das überhaupt bis dahinter? Ich muss. Ich muss meine UTI anschmeißen. 109 Zuschauer. Oder ne, das war der Mate, oder? Oh, der sitzt da. Der Solo. Eigentlich müsst ihr den Solo rausnehmen. Ja, ich weiß. Oh mein Gott. Too close. Oh. Oh. Einer noch. Ich hab auch keine Ahnung wo. Ich seh gerade gar nichts. Und die Wave da drüben noch. Wo. Bruder. Ich boxe einfach in die Luft. oh mein gott schöner win noch 12 kids 3k let's go rechts kann ich bitte nein 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 noch was glaube ich ja noch was hat er irgendwie mit kürzburg nur kein mädchen zu schlachsen ich habe hier drüben einen noch gehabt der wird hochkollt kommt wo denn ich kann der hat schon hochkollt pass auf pass auf du bist alleine ne kommt zurück du bist schick die 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 so ein bisschen später ist gerne ich brauche leichte digga egal ich habe fast wohl und johann 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 zu uns oder was auf deine mädchen ich push doch genauso mit wir sind doch nicht stark wir waren nur die ganze zeit punkte einer ist noch hinter uns gelandet schien damit ich den assist doch bekommen wir kriegst du so hast du gehittet vorhin ja ach so ja gut das wort das war ja das war ein bisschen lustig das stimmt schon aber jetzt ist auch egal sind alle tot von dem squad ja ja ich habe noch black ist ah ne ich dachte meine ulti wäre vorbei und er ist full squad obendrauf 222 oder mädchen tot die sind so egal was waren das denn für welche die hatten beide grau oder was leul ich hatte mein feuer wurde falsch leul he welcher ist leul noch einer hier in der ecke in solo leul ich brauch leichte ja der hat ein bissel hier 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 leul oh mein gott ich will nicht scannen scheiße 2 oh einer einer flash einer flash lock scan ne bruder ach scheiß auf ich geh auf hier hinten hier hinten hier hinten hier hinten komm 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 ja der solo läuft weg wir 2 wir sollten werden sich wollen das ist schön sagen hier ist auch was absolut beim mate he won nice easy diga let's go ja lässt sich sehen oder aber let's go die a1 nicht mehr viel bis master